Leute, willkommen zurück zur Mini-Rush-Folge 11. Ja, wir sind schon bei Folge 11 angelangt. Angekommen, wie auch immer. Ja, wir machen weiter. Ja, welchen da wissen wir. Wir sind da gerade, also bald in die nächste Welt. Achso, das war die Quest, die ich nicht verstanden habe. Ja, ich probiere es nochmal aus. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Anscheinend sind das diese Dinger hier. Hä? Oh. Ähm. Ja. Ja. Okay, Leute. Ja. Vier noch. Drei. Das zählt auch, ne? Nö, das zählt nicht. Sag mal. Okay, egal. Oh mein Gott. Ne, das wollen wir nicht. Noch zwei. Noch eins. Und was wird es sein? Nein, das machen wir nicht. Hier mache ich das. Ja, Mission beendet. Sehr nice. Wir haben die Mission beendet. Diesmal verstehe ich die Aufgabe letztens. Gestern hat die nicht funktioniert. Warum auch immer. Egal, Leute. Lasst übrigens ein Like und ein Abo da. Ja, ich würde sagen, das letzte Mal geht noch so acht Parts etwa, also 20 Parts. Und dann werde ich das wahrscheinlich beenden. Lauf 240 Meter mit dem Minionschild. Lauf mal das Baby. Genau. Also ich würde sagen, 18 bis 20 Parts. Ich weiß halt nicht, wie die Kapitel aussehen, die nächsten. Ob die cool sind oder unnötig, die zu zeigen. Ich denke aber, die sind eigentlich alle ganz spannend. Weil die ersten vier oder fünf Welten sind ja schon mal ganz cool, oder? Und schreibt auch wie immer, welche Welt ihr am besten fandet. Welches Kapitel. Da wie auch immer. Ich glaube, ich brauche das Schild ein bisschen öfter, weil 240 Meter ist ein bisschen was. Ist nicht gerade wenig. Ja, traue ich jetzt nicht unbedingt diesem Sauger. Weil ich eh die ganzen Bananen einsammle so. Also unnötig. So, Löffel. Die Löffel nehme ich auch einfach mal mit aus... Keine Ahnung, warum ich die mitnehme. Aber ich weiß halt nicht, was meine mitmacht. Na gut. Okay, Minionschild. Warte mal, zählt das auch als Meter? Eigentlich schon, oder? Ja, wie cool. Hier kann man das voll gut machen. Oh, jetzt habe ich es verschwendet, das Schild. Na gut. Brauche ich das halt nochmal. Aber wir brauchen das noch einmal jetzt. Hätte ich das Schild ein bisschen früher gehabt, dann, ja, hätte ich es wahrscheinlich für das Schild geschafft. Na? Okay, ich gehe mal hierher. Ist das schon das letzte Level, bevor wir ins nächste Kapitel gehen, oder das zweitletzte? Oh mein Gott, das war knapp. Ich glaube, das zweitletzte Level müsste das heute sein, hier gerade. Oder müsste so sein. Genau. Ja, wenn ihr auch... Ja. Die nächsten Let's Plays wären auch sehr spannend, wie ich schon im letzten Part gesagt habe. Aber die sind wirklich sehr cool. Viele Leute, die es nicht wissen, schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall an. Ja. Schauen wir mal, ob das jetzt das letzte Level war, oder ob es noch eins gibt. Ich glaube, es gibt sogar noch eins. Ähm, ja. Laufe 1050 Meter? Dein Ernst? Ja. Ja, also... Warte, nimm mal das Mädchen. Warte, dann zählt das da mit der Rakete? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Eigentlich ja schon. Aber mal gucken, ob das zählt. Eigentlich sollte das zählen. Hallo? Okay, oh mein Gott, das dauert echt lange. Aber wir schaffen das hoffentlich. Die letzte Quest. Das ist echt keine leichte Quest. Weil es dauert halt, ne? Wie ihr jetzt schon mal sehen könnt, es dauert ein bisschen. Ja. Also. Genau. Ja. Vielleicht werde ich ein bisschen kurz gleich mal stoppen. Weil ich auch ein bisschen was Neues zeigen möchte. Warte, das will ich mal... Ja. Ein paar schnelle Meter. Ja. Wieder nochmal. Ja. Bananen. Rüberspringen. Jetzt große Rakete. Okay, okay, okay. Ja, okay, das zählt. Es geht ein bisschen schneller auf jeden Fall, oder? Doch, ein bisschen schneller geht's. Juhu. Ey, die Rakete ist echt gut. Die macht schnell die Meter weg. Wir sind gleich schon am Ziel. Geht das auch ein bisschen schneller? Könnte? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich muss abfassen, dass ich diese Dinger nicht begehöre. Und... Mission beendet. War doch einfacher, als ich dachte. War doch ein bisschen einfacher, als ich dachte. Ja. Mit dem Dings hat's gut funktioniert. Und... Das nächste... Ah, so. Ich springe dreimal über Hindernisse. Jetzt ist wieder das Dings hier. Mhm. Das heißt... Es gibt fünf verschiedene Areas oder so. Und jetzt sind wir wieder im Labor. Was? Okay, jetzt wäre so ein richtiger Moment, eigentlich das Let's Play zu beenden. Ich hab... Okay, es wird auch schwerer gemacht, Leute. Ich glaub, ich werd mir überlegen, ob ich doch nur 15 Parts mache. Oder doch noch mehr. Weil das Roblox-Desplay dauert noch ein bisschen. Weil der PC noch nicht da ist. Und ich glaub, ich werd die Minimists dann noch ein bisschen auseinanderziehen, weil... Ich weiß halt nicht... Achso, ich muss über 30 Hindernisse springen. Die Quests werden auf jeden Fall schwerer. Und es wird, glaub ich, weniger Spaß machen jetzt. Ist halt das Problem. Ich werd mir das noch anschauen, ein paar Parts. Und wenn es langweilig sein sollte, dann beende ich das bald. 15 Parts. Aber... Das Ding ist, ich würd es... Könnte es theoretisch beenden, wenn ich Roblox hätte. Wenn ich Roblox starten könnte. Aber... Naja... Ja, Minimists hört mir was mal mit. Das dauert halt Jahre, ne? Aber... Wir nehmen das erstmal an, die Herausforderung. 17... Ach, äh... 16... 15... Jupp... Springen. Die 11 haben wir schon mal. Ähm... Löffel. Das waren 2, warum auch immer. Oh, naja. 11... 10... Achso, den hab ich gar nicht gesehen, den Weg. Aber... Ich würd sagen, in jeder Folge schalten wir vielleicht einen neuen Minion frei. Damit nochmal ein bisschen Spannung aufkommt. Weil wir wollen ja Spannung, coole neue Minions haben und vieles mehr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Das lohnt sich. Genau. Jupp. Bald vielleicht... Ich hab Neuigkeiten... Okay, das sag ich euch noch nicht. Ich sag euch das bald. Vielleicht wird das noch nicht so sein, aber ich denke schon. Das wird sehr cool sein für Giveaways. Also ich hab coole Giveaway-Sachen vorbereitet. Beziehungsweise ich hab die nicht vorbereitet, aber an sich schon. Also kann man sagen, dass ich die vorbereitet hab. Das wird cool. Ja, Mission beendet sein. Oh mein Gott. Ich dachte gerade... Aber doch, Mission beendet. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass jetzt nochmal das Labor da ist. Aber... Kommt da noch eine neue Welt? Ich hoffe schon irgendwie. 25 Sachen zerstören. Ich würd sagen, ab nächster Folge kaufen wir einen neuen Minion. Also in jeder Folge kaufen wir jetzt einen neuen Minion. Würde ich sagen. Und ich würd sagen, die nächste Folge kommt... Also morgen kommt mal noch eine Folge, würde ich sagen. Folge 12. Aber dann erst am Montag. Ich hab zwar schon so eingestellt, dass eigentlich Sonntag auch eine Folge kommen soll. Aber weil das Projekt ja bald zu Ende gehen wird, wahrscheinlich nicht. Aber mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. 15 Parts werden es, denke ich, mal sein. Weil ich will auch ein bisschen abwechslungsreiche Inhalte zeigen. Und nicht mal das Gleiche. Also wenn es mal... Also wenn es andere Welten sind, dann ist es ja cool. Aber wie bei Mitopia. Da ist auch oft mal das Gleiche. Ja. Aber du kommst in neue Welten. Und hier ist das auch so. Aber jetzt ist man wieder im Labor. Und das ist auch ein bisschen nervig. Na gut. Wir schauen in den nächsten Parts, ob es doch noch neue Welten gibt. Dann überlege ich mir, ob ich das Projekt doch noch länger machen soll. Aber ich denke, wie gesagt, 15 Parts sind angemessen. Sehr gute Länge, finde ich, für ein Let's Play. Achso, ich muss da... Die kaputt machen. Okay, das wird ein bisschen dauern. Aber wir bekommen noch ein Gefrier-Teil. Der aber auch ein bisschen unnötig ist jetzt. Ja. Ich mach. Ja. Okay. Oh, nein! So, kurz mal wiederbeleben. Ich hab halt die Aufnahme nochmal gestartet gerade. Wann mach ich diesen Gefrier-Ding? Letztend lohnt sich das halt nicht. Hätte sich gar nicht gelohnt. Boah, jetzt lohnt sich nicht hier. Oder? Na, hier ist halt nichts. Nehmen wir mal den Speedboost mit. Ja, lass mal hier versuchen. Och, jetzt sind hier keine Hindernisse mehr. Okay, die letzten Gefrier-Dinger noch kaputt machen. Und das letzte, Leute. Mission beendet. Ich würde das Video auch jetzt mal beenden. Genau, Video wird beendet jetzt. Von mir auf jeden Fall. Ich werde mir wirklich überlegen, ob es 15 Parts sein werden. Oder noch mehr. Weil, die sind gerade mal hier. Wir öffnen nochmal die Festival-Kapsel. Pilgerminieren. Sportlicher und tapferer. Nicht schlecht. Noch die öffnen wir. Oh, ich glaube, wir können ein paar neue machen, ja? Leute, das war's für mich für das Like-Abo da. Ciao!